hey willkommen bei philip do it yourself mountainbike werkstatt ich erzähle euch heute alles was ihr über französische ventile wissen müsst französische ventile oder auch sclavaron oder prestaventile genannt sind eigentlich die meist verbreiteten ventile beim mountainbike oder auch bei trekking fahrrädern und im rennradsport sowieso die bieten wirklich eine menge vorteile sind aber von der konstruktion her komplizierter als andere ventile deswegen gehe ich jetzt im ersten teil vom video darauf ein wie so ein ventil überhaupt aufgebaut ist aus welchen bestandteilen das ganze besteht im zweiten teil erkläre ich euch dann wie ihr das ventil richtig aufpumpt und dann gibt es situationen der sich manch einer fragt mensch habe ich sie gerade mit dem endgegner unter den ventilen zu tun also da können immer mal wieder probleme auftreten und da erzähle ich euch auch so ein paar fehlerquellen und wie man die probleme dann am besten löst jetzt gehen wir erst mal rein und ich zeige euch wie das ventil aufgebaut ist ich habe euch das jetzt mal nebeneinander aufgebaut also einmal das ventil hier auf der linken seite im zusammengebauten zustand und auf der rechten seite hier in seine einzelteile zerlegt und ihr seht es besteht im endeffekt aus vier bestandteilen also das größte ist hier die ventil hülse oder der ventil schafft in die ventil hülse ist der ventil einsatz eingeschraubt mit so einer rändel mutter auf die komme ich dann gleich noch mal zu sprechen dann natürlich die abdeckkappe die verhindert dass hier irgendwie schmutz ins ventil kommt oder das hier oben verdreckt und dann gibt es hier noch diese ventil mutter erkläre ich mal hier auf der linken seite die ventil mutter zieht im endeffekt die ventil hülse ins felgenbett hinein damit es hier alles schön dicht ist ich baue das ganze auch mal zusammen damit ihr euch vorstellen könnt wie das aussieht also ich nehme jetzt mal hier diesen ventil schafft oder die ventil hülse und diesen einsatz hier und den dreht man dann hier einfach so rein so ein kleines gewinde und dann gibt spezielle ventil schlüssel ich habe immer ein da geht man einfach hier so drauf dann kann man das festziehen damit es schön dicht ist das ist übrigens ein wichtiger punkt auf den komme ich später bei den problemen zu sprechen sondern seht ihr diese rändel mutter hier oben die ist locker und diesem endeffekt dafür da dass das ventil dicht ist und die schraubt man dann logischerweise zusammen also einfach hier im uhrzeigersinn zusammen drehen so jetzt ist das ventil dicht und jetzt schraube ich noch mal hier diese ventil schraube drauf so also wenn jetzt hier die felge durchlaufen würde dann würde die jetzt sozusagen die das ventil hier so reinziehen ja gut und last but not least kommt dann im prinzip die abdeckkappe drauf aber ich denke das wird den meisten ja geläufig sein so sieht das ganze dann aus jetzt wo ihr wisst wie das ventil aufgebaut ist ist das aufpumpen an sich keine komplizierte sache ihr braucht natürlich eine ordentliche luftpumpe übrigens da gebe ich euch den tipp spart daran nicht die braucht man immer mal dann nehmt ihr erst mal die ventil kappe ab legt ihr irgendwo hin wo ihr sie nicht verliert dann dreht ihr vorsichtig hier die rändel mutter auf so ganz auf ja dann könnt ihr auch hier kurz drauf drücken ob die wirklich offen ist dann bringt eure pumpe an ich habe hier übrigens eine mit so einem gewinde das ist ganz praktisch weil da geht ihr wirklich sicher dass die pumpe sauber auf dem ventil senkrecht drauf sitzt und ihr nicht gefahr läuft dass hier irgendwie hier den stift et cetera verbiegt oder den ventile einsatz also hier einfach so drauf schrauben das fest sitzt dann pumpen wenn ihr dann den gewünschten druck erreicht habt dann vorsichtig wieder die pumpe abnehmen rändel mutter wieder zudrehen und zwar komplett das merkt ihr dann wenn es nicht mehr weiter geht und dann last but not least die ventilkappe wieder aufsetzen pumpen wir erledigt was sind jetzt so die gängigen probleme klar es entweicht irgendwo luft wenn ihr euch jetzt an den aufbau des ventils erinnert gibt es im endeffekt drei mögliche fehlerquellen die erste fehlerquelle kann sein dass die ventil schraube zu locker sitzt und der ventil schafft nicht sauber ins felgenbett reingezogen wird und dann entweicht hier oben luft und die lösung ist klar wir ziehen die ventil schraube entsprechend fest die zweite fehlerquelle kann sein dass der ventil einsatz nicht fest genug im ventil schafft eingedreht ist und dann entweicht hier zwischendrin luft ist kein problem in der regel da gibt so spezielle ventil schlüssel die setzt man dann hier einfach auf und kann das dann entsprechend wieder fest drehen die dritte fehler quelle liegt hier im bereich von der rändel mutter beziehungsweise vom stösel klar das offensichtlichste ist es dass die rändel mutter nicht komplett zugedreht ist es entweicht luft lösung liegt auf der hand rändel mutter sauber zu drehen was aber noch sein kann und es passiert gott sei dank nur ab und zu dass ihr die rändel mutter zu ambitioniert zugedreht habt und dann sitzt die wirklich komplett fest auf diesem ventil einsatz und was dann passiert manchmal wenn ihr die aufdrehen wollt ist dass ich eigentlich die rändel mutter selber gar nicht bewegt sondern ihr dreht unwissentlich den ventil einsatz raus und das merkt man im ersten moment gar nicht bis dann mit einem schlag die komplette luft entweicht ist an sich kein drama weil man nimmt dann einfach den ventil schlüssel den ich vorhin gezeigt habe und setzt den ventil einsatz hier wieder in die ventil hülse ein und last but not least kann es auch vorkommen dass sozusagen der stösel hier verbogen ist das hat zur folge dass ich die rändel mutter nicht mehr so zudrehen kann dass ich hier sauber auf dem einsatz drauf sitzt und es entweicht luft da hilft wirklich nur einen neuen ventil einsatz oder ein gar neues ventil zu kaufen ja das war es auch schon wieder ich hoffe das video hat gefallen freue mich wie immer über likes oder neue abonnenten sagt dankeschön fürs zuschauen und freue mich aufs nächste mal mit euch ciao servus das ja ja Vielen Dank.